Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Accare Video. Heute geht es um die Sinter-Schicht. Die Sinter-Schicht ist ein Problem für viele Handwerker, für viele Heimhandwerker auch, die sich irre Mühe geben, vielleicht noch nie von ihr gehört haben, sie nicht vorher entfernen und dann zum Beispiel alle Tapeten von der Wand wie von alleine runterkommen. Und deswegen möchte ich dich hier mal aufklären, was ist denn eine Sinter-Schicht und wie erkennst du sie? In einem anderen Teil erkläre ich dir noch explizit, das wird auch ein etwas längeres Video wahrscheinlich, wie sie entsteht und wie du sie entfernst. Also klick mal hier oben, wenn es schon abgedreht ist, klick mal hier oben, um einfach mal das neue Video davon zu sehen. Ja, die Sinter-Schicht und wie du sie erkennst. Zum Ersten ist die Sinter-Schicht an sich eine Kalkschicht. Man kann dazu auch Kalkhaut sagen und so wird es umgangssprachlich auch noch benannt. Also Kalkschicht oder Kalkhaut. Das ist eine dünne Ablagerung, die ziemlich hart ist von Gipsputzen und von Anhydrid-Estrichen zum Beispiel. Also alles, was so Gips-basierend ist, hat eine Sinter-Schicht, je nachdem, wie du ihn verarbeitest. Aber in den meisten Fällen entsteht diese Sinter-Schicht. Ergänzend bitte immer vorher die technischen Merkblätter mal kurz zumindest mal anreißend durchlesen, was ihr da gerade verarbeitet. Wenn ihr einen Gipsputz verwendet, dann ja wahrscheinlich auch eher im Innenbereich, weil Gips, weißt du ja selber, ist stark saugend. Und dann immer die technischen Merkblätter vorher lesen, was ist zu tun, ist da wirklich Gips mit drin, ist vielleicht vorne nicht auf den Titel deines Sacks ausgewiesen. Wer weiß, vielleicht hast du es auch einfach übersehen. Deswegen immer mal die technischen Merkblätter runterladen, gib es per PDF, gib einfach einen, den Namen von dem Sack, den du dir da holen möchtest. Guck dir das vorher an oder lass dich in deinem Baumarkt Fachhändler deiner Wahl mal beraten. So, die Sinter-Schicht ist also eine Kalkhaut, eine Kalkablagerung. Okay, aber wie erkennst du sie denn? Zum Ersten die Augenschein-Prüfmethode. Nennt man so, ich weiß, kannst auch rübergucken sagen. Du erkennst sie an matten bis glänzenden Stellen. Wow, okay, ist sie jetzt nur matt oder ist sie glänzend? Naja, es kann fleckenweise so sein, dass sie mal glänzt. Es kann aber auch sein, dass sie fleckenweise zum Beispiel matt erscheint. Das ist je nachdem, wie viel Kalk sich an der Oberfläche abgelagert hat. Kalk, weißt du selber aus deinem Wasserkocher zum Beispiel, wenn der schon sehr verkalkt ist und du dir das Wasser einkippst oder das Wasser einfach kalkhaltig ist, dann steht bei deinem Tee zum Beispiel oben drauf eine Kalkhaut. Nichts anderes passiert bei diesem Gipsputz. Das Kalk oder der Kalk setzt sich nach oben ab, der ist leichter, wird von dem Wasser nach oben gespielt und setzt sich dann ab, kristallisiert quasi wieder und dann hast du da diese glänzende, manchmal auch matte Schicht. Zweite Prüfmethode, wie du eine Sinterschicht feststellen kannst, ist die Gitterschnittmethode. Also du ritzt erst mal sechs Ritzer senkrecht ein auf der Fläche im Abstand von einem Zentimeter und dann nochmal im 45 Grad Winkel auch nochmal sechs, auch wieder in einem Zentimeter. Nun ein kleines Einritzen, sodass du durch diese Schicht kommst, falls es eine Schicht gibt. Die ist nur ein paar Mikrometer dick, ja, also deswegen. Und jetzt nimmst du dir Wasser und benetzt dieses Gitter, was entstanden ist. Und wenn dieses Gitter an sich, nur das Gitter, dunkel wird, dann weißt du, okay, der Rest ringsherum saugt nicht, das Gitter schon, da wo du eingeritzt hast, okay, Sinterschicht. Sinterschicht festgestellt. So eine Sinterschicht mindert die Tragfähigkeit und Saugfähigkeit des Untergrundes, also macht es überhaupt gar keinen Sinn, da stimmst du mir höchstwahrscheinlich auch zu. Es macht einfach keinen Sinn, auf etwas Glattes, was nicht saugt zum Beispiel, etwas aufzutragen, wie zum Beispiel einen Kleber, weiter zu tapezieren, eine Grundierung aufzutragen, die aber nicht haftet mit dem Untergrund. Sie kann sich nicht reinsaugen in den Untergrund, also macht es auch keinen Sinn, nur zu grundieren. Und wie du da weiter vorgehst, das erzähle ich dir im nächsten Video. Schau gerne mal rein, um zu wissen, wie du sie entfernst am besten und wie sie eigentlich entsteht. Warte also nicht länger und klick direkt aufs nächste Video. Ich freue mich, bis dann, dein Malermeister Max Tieter. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020